Herzlich willkommen zu Watch & Taste. Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt in dieser Krise auch mal so ein bisschen hier Outdoor-Office habe, sozusagen. Ich bin hier auf so einer Pferdekoppel und draußen hier auf dem Land, wunderschönes Wetter. Und man sieht tatsächlich, dass die Natur sich erholt, zumindest hört man es hier. Ich wohne halt in Duisburg, man mag es kaum glauben, bei dem vielen Grün hier um mich rum. Und man sieht keine Kondensstreifen am Himmel, man hört auch deutlich weniger, also weniger Geräusche. Die Luft ist reiner. Das sind so kleine Vorteile. Und jetzt kommt mich hier jemand besuchen, kleines Pferdchen. Ich habe heute was mitgebracht, und zwar zum Thema Sommer und zum Thema Muttertag. Vielleicht könnt ihr euch da auch noch was rechtzeitig bestellen und eure Mutter beglücken. Mit etwas sehr sommerlichen, fruchtigen, und es heißt ja auch Jolie-Fie, also die hübschen Mädchen. Das ist ein Wein, der aus dem Süden Frankreichs kommt, von Paul Eggerter gemacht. Ein Mann aus Burgund, der da die große Schule besucht hat und gemacht hat. Der war Besitzer von Weingütern in Burgund oder Parzellen vielmehr, hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Das ist ein sogenannter Vin de Méditerranée und besteht aus Grenache, aus Saint-Sau, auch einem guten Anteil. Saint-Sau übrigens sehr geeignet, um so ein bisschen Frische mit reinzubringen, ein bisschen auch Säure-Struktur. Und wir haben auch noch Syrah-Anteil hier drin. Sehr frisch. Er hat damit die Herzen der Urlauber an der ganzen Atlantikküste und am Mittelmeer erobern können. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller, erfrischener Sommerwein, den ich euch sehr, sehr ans Herz lege. Den könnt ihr natürlich bestellen, und ich hoffe, dass das passiert. Hier, ich habe es schon. Und zwar genau hier. Hier könnt ihr bestellen. Ihr könnt mich auch anrufen oder mailen. Und dann können wir unseren berühmten Drop-and-Pick-Service anbieten. Ihr könnt dann nach Rücksprache bei uns abholen in Essen oder in Duisburg-Serm. Also, ansonsten versenden wir natürlich auch an euch und an eure Verwandten, Freunde, Mütter natürlich jetzt zum Muttertag per UPS bundesweit. Und ja, ich wünsche euch also ganz viel Freude mit dem, was ihr jetzt gleich oder später oder heute Abend im Glas habt. Und freue mich auch, wenn die ein oder anderen sich dann mit uns treffen nächsten Mittwoch. Denkt an Surf & Taste. Da könnt ihr euch anmelden. Ein Set noch bestellen schnell. Also, das wird auch ein Riesen-Gaudi, denke ich mal. Und, ah, bevor ich mich verabschiede, kleiner Tipp noch hierzu. Einfach, lasst mal einfach so ein bisschen die Tapas-Varianten um euch rumkreisen, ausprobieren, experimentieren. Das hier passt halt super zum Thema Oliven natürlich. Käse auch. Der Käse sollte vielleicht nicht zu scharf sein und zu gereift. Ansonsten klassische Tapas aus Spanien. Was mit Fisch, Oktopus beispielsweise, etc. Probieren, genießen, Spaß haben. Und bleibt gesund. Bis bald. Hier war euer Axel von Arec Plaisir. Watch & Taste.